herzlich willkommen bei locker mit docker heute wie installe ich docker auf windows dazu gehen wir auf die webseite docker.com getting started with docker for windows dafür laden wir uns einfach die letzte stable oder die beta unter wer windows 10 hatte sollte wahrscheinlich vermutlich besser die beta unterladen weil die ist echt gut die integration nachdem wir die data heruntergeladen haben starten wir diese und führen das mini setup programm aus nachdem das setup dann abgeschlossen ist läuft ein mobile linux vm in einem hyperv manager in der taskbar haben wir jetzt nur ein symbol von docker und wenn wir da rechts drauf machen öffnen sich diese settings in diesen settings kann man halt einstellen dass docker immer startet dass er automatisch nach updates sucht was sich empfiehlt weil da kommen ja gerade in der beta sehr viele updates dann welche laufwerke ich mit meinem docker teilen möchte das heißt ich kann sie direkt in docker verwenden ohne dann noch großartig ohne in der virtuellen maschine noch einstellung machen zu müssen dann kann ich sagen wie viel cpus und wie viel memory das ding hat dann kann ich das network noch einstellen dann kann ich die proxys einstellen falls ich in meinem netzwerken proxy habe das ist ja in firmennetzwerken oft so dann habe ich hier noch docker daemon den ich ein bisschen konfigurieren kann diagnose und reset das war es eigentlich schon jetzt können wir unsere powershell aufmachen zum beispiel oder jede ex beliebige andere shell und können docker status machen wir docker-v docker version bla docker ps läuft irgendwas aber auch nichts laufen habe ich hier im mit schluss ich habe ein paar eigentlich kann man jetzt schon docker run hello world jetzt sucht er lokal bei mir findet er nicht jetzt sucht er auf docker hub findet er nicht hat sich erledigt aber so einfach kann man docker installieren ich hoffe euch hat dieses kurze video und diese kurze anleitung gefallen wollt ihr mehr daumen hoch wollt ihr weniger daumen runter und schreibt in die kommentare welche thema ich dringend noch interessieren werde mich darum kümmern bis dann euer onko